Suchst du die Komfortlederbümms in Halbnummern, dann bist du bei mir jetzt genau richtig, denn dank der feinsten Materialien schmeichelt das Modell deinen Fuß. Das weiche Obermaterial ist aus Sternenstaub-Echtleder, weil es so schön glitzert und glänzt. Und was den Halt angeht, sagen wir mal, wenn du den Bümms anziehst, kannst du dich auf das elastische Einfassband am Einschlupf hier herum verlassen, bis er wunderbar deinen Fuß umschließt und dir Halt noch bei langem Stehen gibt und es klafft nichts auseinander. Du bekommst den Bümms in den Größen zweieinhalb bis acht und in der Farbe beige und blau. Und Sardine ist in der Weite gebesigned, von der Zehenspitze bis zur Ferse, also ideal für Damen mit schmalen, aber auch etwas breiteren Füßen und am Vorfuß innen ist er wieder nahtlos gefertigt, dass dich hier was drückt, das ist ja sehr, sehr gering. Durch das Innenleben aus Leder können deine Füße atmen und dank dem herrlichen, weich gepolsterten, lederüberzogenen Fußbild. Meine Lieben, Sardine schmückt auf wunderbare Weise deine Füße, denn in Sardine machen deine Füße eine ausgesprochene, grazielle Form. Die Absatzhöhe ist hier vier Zentimeter und dieser Pumps passt da zu vielen Outfits, also viel Spaß beim Shoppen, eure Biggie.